Moin Moin Leute und ein kräftiges Moin Moin hinterher. Ja? Ich sag mal so, ich hab mal seit langem zur Zeit kein Spiel mehr für diese Konsole besorgt. Ja? Ich erzähl auch gleich mal welches. Für die Wii U. Ich hab nur für 13 Euro, ein Mario-Spiel, egal wie als für 13 Euro, da musste ich einfach, da kann auch Gruppe schreiben, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Ach doch, ein Aufrufschreiben. Ah! Sexy, sexy, mach dich nackig, liebe Spiele, mach dich einfach nackig. Mach dich nackig, 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 nackig. Mario-Ten ist Ultra Smash. Was haben wir hier? Irgendwelche Sicherheitshinweise aus so'n Poster interessieren kann. Oder legt sich einer Sicherheitshinweise durch? Wird das in den Kommentaren? Schreibt der das macht? Glaube ich nicht. Naja, mein Vater will es tun. Ähm... Was haben wir hier? Ne Kursbeschreibung oder was? Elektronische Bedienung und Software... Software Titel ansehen. Okay... Anja, auch nichts wirklich fischiges. Man kann verschiedene Charakter spielen. Bis zu vier Spiele. Wahrscheinlich nur online. Ich weiß nicht, ob die Vino alle Spiele online hat. Ich glaub Mario Kart für die Wii U haben sie auch runtergenommen. So weit immer... Es macht nicht immer... Also wenn neues Mario Kart rauskommen, nehmen sie immer das alte vor dem Netz. Spannung, Satz und Sieg. Spiele Tennis nach Mario Art. Einzel. Doppelt. Erreiche auch hohe Bälle. Mit den... Mächtigen Schlag... Sprung. Oh, mächtigen Schlagsprung. Wachse. Dann der Mega-Pilz. Mega... Wettkämpfen über dich hinaus. Spiele mit deinen Amiibos. Im Doppelt. Ja, mit meinen Amiibos spielen. Technisch dein Amiibo und verbessere deine Fähigkeiten. Naja... Da gibt's einen... Fehler am Amiibos. Ich pack meine Amiibos nicht aus. Pack ich nicht aus. Treff... Online... Match... Gegen... Spieler aus aller Welt. Ja... Mh... Mh... Ich weiß nicht, ob das Spiele online ist. Ob das Spiele online ist. Ich bezweifle es. Steht da irgendwie ein Ja. Kann ich das eigentlich nicht finden. Marshmallow... Ich habe schon die neue Sendung Adresse drauf. Wir mail von Frankfurt am Mai die früher umgezogen sind. Ähm... Nö... Nö... Ja... Also... Mario-Spiel... Sportspiel... Eigentlich bin ich nicht so der Sportfreak und ja auch nicht der Autorenfreak, aber... beim Mario-Spielen dann sag ich mal... Ja... Weil das sind ja nicht diese... Spiele die man... Das sind ja nicht diese... Sportspiele... Das sind eher Fun... Lustig... Keine idealistischen... Sportspiele... Auch mal für die Wii U-Fans oder meinen Fans... mein Spiel... Und das war's... Haut rein... Bis dann... Eure... Ehren... Uhr... Und... Haut rein... Auf Wiedersehen... Auf Wiedersehen... Auf Wiedersehen... ings...